Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zum Code-Timulator! Hallo! Mit dem Christian, dem Sebastian, dem Dalu-Card und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wo bist du, Sam? Hinter euch! Geil, du kannst ja hier schreien! Moment, wie schreit ich nochmal? Ihr meint Dröken, Dröken? Hier Leute, King of the Hill, let's go! Ihr könnt gerne schreien. Ich habe teilgenommen. Ich spiele als King of the Hill. Wir fallen um! Ohne euch oder mit euch? Das war doch dumm. Das war voll gemein, King of the Hill. Das war richtig unfair. Wer ist da schon oben? Ja, ich. Ich gewinn gerade schon. Also wenn du oben bist, dann kriegst du so Kronen gutgeschrieben. Und wenn du einen runterballerst, dann verliert der ein paar Kronen. Ich bin in dem... Hallo, ich bin in dem Heu! Ich bin in dem Heu! Nein! Ihr gewinnt einfach ihr Peniskörper! Aua! Ich bin der King of the Hill! Aua! Ich bin ja... Ah! Ich bin ja... Hä, wo bin ich denn? Das lenkt ja voll! Gar nicht! Ah! So, weg mit dir! Oh mein Gott! Nein! So, weg mit dir! Warum kann ich denn nicht mehr einfach einen Triple-Jub machen? Nein! Lenkt das gerade wirklich? Nee! Halt doch meine Kronen beim Kopf weg! Christian, weg da! Nein! Das lenkt ja komplett? Fuck! Nein! Ah Gott! Wer hat gewonnen? Christian bestimmt, ne? Ja, Christian stand da einfach. In dem Cheatersort. 32 Teile, ey! Ich raste aus! Vor allem das Schöne ist, dass der Hals dann so wegknickt, weil es so schwer wird. Christian, warte mal kurz! Ich will mal was ausprobieren! Jetzt geht's wieder! Ja, was denn? Kannst du auf mir reiten? Als wenn du einen Sattel hast! Oh mein Gott! Es gibt keinen Knopf, aber... Mir wurde gesagt... Oh mein Gott! Wenn ich RB gedrückt halte, kann ich mich anbieten zum Reiten! Leu! Ja, Hans! Drück mal RB! Leu! Leu! Oh, warte, warte, warte! Nein! Wo hast du denn her? Ich hab Pete's mit angelegt und jetzt drehen wir uns mal nicht drauf! Peter, hast du einfach den Sattel angezogen? Ja! Kannst du ausprobieren, ob du auf mir reiten kannst, wenn du Dalu hinten drauf hast? Ich bin einfach drauf gesprungen! Was muss ich drücken? RB! Mach dir da keinen Quatsch! Warte! Sepp zieht mal den Sattel an! Ich kann doch... Nein, nicht lenken! Oh! Ja, warte, wir müssen nochmal auf! Peter steht auf! Ja, was? Du musst den Sattel anziehen! Was muss ich machen? Einen Sattel anziehen? Den Sattel! Oh, warte, man muss mich erst kustomisen! Nicht lenken drücken, weil dann... dann legst du ihn! Kann ich hier noch springen? Nee, ich kann nicht springen! Kannst du springen? Ich kann springen, ja! Der Sattel ist nicht da! Nee, der Sattel ist direkt hier um der Ecke! Direkt hier in der Scheune hinter uns! Den muss ich nehmen! Ach so! Ach so, den müssen wir einsammeln! Geh mal mit dem Sattel mit! Ja, stimmt! Deine Sache! Ja! Spring mich mal auch da rein, damit ich den auch bekommen, bitte! Ich seh den nicht! Wo ist der? Ja, hat ihm halt, glaub ich, nicht geklappt! Okay, okay, okay! Okay, komm ich jetzt auf euch? Er hat ihn schon! Du Scheiße! Oh Gott! Was ist das für eine Missgeburt? Sepp! Was steuert denn hier? Sepp, bring uns zu nem Mini-Spiel! Ah! Da ist ja Strom drauf! Ja, toll! Was ist das denn jetzt hier? Oh mein Gott! Hey, jetzt sind wir gestapelt! Wir sind jetzt kein Rad mehr! Du kannst jetzt weiter ein B zum Blöken drücken! Ja, wir sind kein Rad mehr! Wir sind jetzt zwei gestapelt und dann drehen wir uns! Hui! Hui! Müsst du 500 Meter in die Richtung! Ich leck jetzt einen an, dann drehen wir uns! Warte, warte, warte! Geht! Kann ich auch! Ich hab uns wieder... Ja, Mann! Let's go! Oh, warte! Achso! Mega! Das ist ja ultra-awesome! Hä? Betritt halt zu Hause? Wir haben zu Hause... Oh Gott! Äh... Was passiert hier? Wir sind hier oben auf dem Haus! Hier oben! Da oben! Sepp, da war so ein Ding zum Einsammeln noch! Ja, war leider zu spät! Also, wir müssen in die Richtung! Da hinten auf der Map, hab ich schon gesehen, da ist noch eine Challenge, die wir noch nicht gemacht haben! Ja, ja! Ey, du machst das! Aber... Ja, du bist unser... Wir müssen uns irgendwie wieder von... Oh, irgendwer hat wieder angelenkt! Irgendwer hat wieder angelenkt! Irgendwer hat wieder angelenkt! Wir müssen uns wieder lösen! Wie kann ich mich denn lösen von euch? Lösen! Oh mein Gott! Wir machen einfach... Sepp, du gehst da nicht! Ja, ich hab dich mal weggeschmischen! Ähm... Was heißt denn? Ich glaub, das ist ja eine Adventure Map jetzt oder so! Ich war pink, glaub ich! Pointy Foods Fabrik! Bleib von der Lava weg! Da kann ja nicht so schwer sein! Ja, ja! Da haben wir jetzt ein Kind doch immer gespielt! Bereit? Was ist los? Wo ist denn die Lava? Warte mal! Sind keine Lava! Seht ihr Lava? Wer als letzter am Leben bleibt, gewinnt! Ihr könnt ruhig unten bleiben! Wo ist denn die Lava? Ganz unten! Wie bist denn du da oben hingekommen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt seh ich sie auch! Lasst euch einfach Zeit! Hier konntest du mal nochmal klettern! Einfach an den Strand springen! Einfach entlanglaufen! Was? Das geht? Ich mach hier Triple Jumps an der Mario! Du kannst der A gedrückt halten, glaub ich! Nee, musst du nicht mal! Ist jetzt alles hier Lava? Oh scheiß, man kann nicht lange hochlauern! Das war doof! Nee, du läufst nicht unendlich! Fuck you! Warum geht der Double Jump denn nicht immer? Jump wieder! Ah! Fuck you! Guck mal hier, wie hoch ich bin! What? Oh, Pelle! Nee! Nee! Okay, ich bin vorletzter immerhin! Dann, du bist oben? Ja! Das Problem ist, ich bin jetzt so eine... Wo bist du, Sepp? ...klusprige Ziege, sag ich mal! Aber ich kann mich auch nicht bewegen! Ja, du kannst dich einfach bewegen noch! Ja, stimmt! Oh Gott! Du kannst auch Leitern hochlaufen einfach! Nee! Nein! Okay, ich kann wieder... Fuck you! Hallo! True! Wie ging der denn jetzt mit dem Klettern? Du musst doch einfach nur A drücken und dann läuft der da hoch, oder nicht? Ja, der läuft... Du musst einfach gegen eine Wand laufen, aber das geht halt nicht ewig! Genau! Das geht nur kurz! Gerade hat er ja nicht mal kurz gemacht! Du brauchst ein bisschen Momentum! Also, auch der Double Jump funktioniert nicht, wenn du auf der Stelle stehst! Also, du musst ein bisschen laufen! Oh, warte! Auch weh! In dem Spiel bin ich unbesiegbar! Ich hab hier alle Spots! Speedrunner! Oh, lol! Hier ist der alte Pokal! LOL! Du mieses Stück! Ich hab den alten Pokal! Ich bin immer noch der Gewinner! Jetzt! Okay! Okay! Ich bin ganz oben! Oh no! Ich fall runter! Scheiße! Ich bin runtergefallen! Ich werde dich ficken! Ich ficken! Komm her! Sepp nach da ganz, ganz oben! Ja, ja! Ich bin nach da ganz, ganz oben! Oh mein Gott! Nein! Oh oh! Okay! Du hast mich gefickt! Alter! Alter! Dieses! Wie eliminiert! Ich hab doch! Oh mein Gott! Alter, Peter! Aber warum? Ich hab mich betroffen! I don't like! Dammit! Wo seid ihr denn? Du hast was gemacht, Peter! Ich hab doch zuerst gebankt! Ja! Alter! Du musst hier echt hochkommen, ne? Wo seid ihr? Unter der Lava! Auf dem Turm ganz oben! Peter ist richtig weit oben! Was ist denn da? Was ist denn da? Was hat dir beigetaut? Ja! Hinter dir kommt gleich Sepp hoch! Der backstappt dich! Oh, stimmt! Lang lebe der König! Ah nein! Ah! Sepp! Sepp fokuss mich! Was? Du warst unten bei dir? Du bist am Arsch! Sepp! Das ist dein Ende! Backstab! Oh nein! Alter, ich war... Du warst doch schon runter bei mir! Nein! Ich falle! Oh, ich hab mich... Ja! Ich bin auch unten! Sepp hat gewonnen! Aber warum ist er nicht vorbei? Du laberst! Du laberst! Sepp ist allein... Ah! Du Pippel! Backflip für die Fans! Nice! Ich dachte, der hat da nur runtergeworfen! Das ist mir so gewünscht! Okay, das war lustig! Okay, was haben wir denn noch für solche? Mini-Schnieder! Gucken wir mal auf die Karte! Uns fehlen noch zwei, die wir noch nicht kennen! Die müssen irgendwo auf der Karte sein! Ähm... Einer ist noch ganz links! Wir haben halt die halbe Karte nämlich entwickelt! Aber das ist ein Auto-Derby! Ja, aber das gibt zwei Auto-Derbys! Das kennen wir schon! Also eins gibt's links unten! Aber das wird das gleiche Auto-Derby doch sein, oder nicht? Ich glaube, ich popp mich mal nach Norden! Ich glaube, ich popp mich mal nach Norden und werd mal die Karte, die wir noch nicht... Also an der Baustelle, das haben wir mal nicht gemacht! Ähm... Und ich würd mal zu dem anderen gehen! Okay, geh du mal zu dem anderen! Ich geh nach Norden und guck auf, ob der Unfug ist! Da ich nicht weiß, was ihr gemacht habt, was nicht, guck ich mich einfach nur um! Ja, guck dich einfach mal rum! Mach Unfug! Ich weiß, dass das Spiel ne Menge Easter Eggs hat! Ja, das sowieso! Überall! Absolut Unfug! Und überall Collectibles auch! Ja! Die dann wieder mehr Unfug freischalten! Die Sachen, die du anziehen kannst und so! Da ist ne Hüpfburg, Christian! Da will ich rein! Ja, ich will zum Turm, damit wir uns dahin porten können! Ja, dann ist es smart! Und ich will hüpfen! Müssen wir nicht alle an dem Turm sein? War da nicht sowas? Ne, ich glaub wir konnten uns einfach zu den... Du kannst dich zu den Leuten teleportieren! Ja, mein ich auch! Ah stimmt, das kann sein! Also das hatten wir auf jeden Fall noch nicht hier! Boah, hüpfig hoch! Autoderby hatten wir hier noch nicht! Das funktioniert vielleicht so ähnlich, ist aber auf jeden Fall ne andere Autoderby-Map! Bigfoot gesichtet! Loi! Wie drücke ich einen Knopf, wenn Anlecken nicht geht? Ram! Also mit R2! Na, ich versuch mal! Also soll ich noch nicht starten? Kleinen Moment, ich sammle gerade goldene Statuen ein ohne Ende! Äh... Oh, ich hab... Warte, warte, warte! Ich hab nur 160 Meter bis zu dem Turm! Den würde ich zumindest gerne holen! Wo war das Ankleiden, wo man was kaufen kann? Äh, Select! Oh mein Gott! Aber Christian, dann müssen wir uns ja alle zu dir porten! Nee, aber reicht ja, wenn ich den freischalte... Die Giraffe kaufen lohnt sich nicht, ne? Danke dir jetzt zu mir! Ich weiß, was du denkst, wenn... Ich kann mir die Giraffe kaufen, aber ich glaub, die ist ein bisschen zu groß, oder? Also du hast auf jeden Fall Vor- oder Nachteil, je nachdem, äh... Nee, dann will ich einfach nur aussehen wie ein Elf! Was sind denn die Events? Wir können auch Events machen! Das sind nochmal andere Dinge als Minispiele! Das sollten wir auch nochmal ausprobieren! Okay, Leute! Wartet! Ich muss grad kurz was kaufen! Boah, das wär das... Gerade hättet ihr eine Chance, mich zu besiegen! Jetzt gleich bin ich unbesiegt! Ich hab ne Vogelschweiche gebumst! Was? Okay, ich bin bereit! Ich habe... Also... Ja, ich warte das... Ja! Ich muss klettern! Also ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt noch mit mir anlegen wollt, wenn ich da bin! Bin da ganz ehrlich! Okay! Ich hätte jetzt ein bisschen Angst! Okay, ich hab jetzt ein bisschen Angst! Ja stimmt, Peter, du hast recht! Versammle alle Spieler zu synchronisieren mit dem Tor! War Sepp nicht ein Minigame? Nee, ich würde dann einfach mal starten! Ja, dann starte! Äh, ich glaube, Dalu erinnert ein bisschen an Mario Kart! Ja, ja, jetzt pass auf! Pass auf! Nein, jetzt sieht ihr mich natürlich nicht! Außer... Äh, doch! Doch, da ist ein Ding! Was guckt da raus? Du siehst doch nix beim Fahrrad! Wie geht mein Gas? Ja, du musst hinten die Bomben kaputt fahren! Ja, rechter Züger einfach! Oh, schlecht! Gut! Ich seh nix! Ja, komm Gail! Äh, die Steuerung ist umgedreht oder so! Aua! Wieso geht ihr nicht kaputt? Ich bin voll hinten rein gefahren! Ja, das ist richtig! Aua! Ich lieg auf der Seite! Wer ist hier rosa? Scheiße, ich auch! Ich bin rosa! Warum? Explodiert! Oh! Frech! Aua! Hat sich erledigt! Bist doch hochgegangen! Wie driftet man? Ich hab dich driften hören! Ja! RT! Bremsen! Bremsen mit L2! Ich hab dich! Nachdem! Oh! Waren wir jetzt alle einfach im Kreis? Oh! Dadurch dass du stehen geblieben wirst! Das waren wir da! Weiß ich nicht! Du hast nen Boost mit X! Oh mein Gott! Oh ja stimmt! Du hast nen Boost mit X! Sehr gut von uns, Sepp! Mega! Wir sitzen auf der Seite! Ähm! Warte mal! Hallo! Da macht deine Fotos von mir während ich einen Autounfall habe! Hilfe! Vielleicht kann das doch sein, dass deine Bomben nicht treffen! Dann dreh mich um! Dreh mich um! Okay, ich versuch! Arms! Erstmal gerammt die Sau! Dreh mich mal oben selbst! Die geht zwei Seite? Zwei auf der Seite? Dreh mich oben selbst! Seid doch mal! Seid doch mal jetzt hier! Ihr habt die Banes! Ich bin der, der auf dem Rücken liegt! Ich bin der, der auf dem Rücken liegt! Ich bin der, der auf dem Rücken liegt! Guck mal! Der ist ein leichtes Opfer! Ah! Fuck you! Oh nein! Ich bin ausgestiegen! Ähm! Ich liege am Rücken! Ja Christian! Ich ramme dich wieder richtig! Oh, der ist schlecht! Außerhalb des Feldes mag der gar nicht! Ich glaube, ich bin Beifahrer! Warte, ich muss fahren! Jetzt bin ich fahren! Ah, das seid ihr ja gar nicht in dem komischsten gelben Auto da! Ey, kannst du mal bitte aufhören hier? Düs, düs, düs! Ah, jetzt! Kannst du mal bitte... Argo! Dreh auf! Ich verliere doch hier! So, aber jetzt legt ihr euch also mit mir an, ja? Alter, jetzt haben wir alle! Jetzt seht ihr mich auch! Wo bist du denn? Ach, er hat so... Ich bin Muskel-Goat! Ah! Wer hat's gekriegt? Wer hat's? Ich hab keine Ahnung! Nee, Peter! Nee, Peter! Was, Peter? Ich hab dein Pokal weggenockt! Weg mit der Trophäe! Komm her, Peter! Eins gegen eins! Also, ich hab die Macht von Peter! Alter, du bist ein Masselschwein! Ich hab mir das gar nicht genau anguckt! Da hat... Da kriegt man ja wirklich Angst bei ihm, ey! Ich hab was... Du bist... Du bist so muskulös! Die hab ich doch gar nicht freigeschaltet! So, das ist aber... Sepp, unter Minispiele ist halt immer noch das gleiche Autoderby! Das heißt, wir haben immer noch zwei, die wir nicht gefunden haben! Nice! Okay, dann war das einfach nur eine andere Map, sehr gut! Und wir können auf der Karte Richtung Norden mal gucken! Ach, der Beach Boy ist das! Aber dafür müssen wir mal... Ich hab ein Auto geklaut! Also, Christian seinen Turm freischalten war, glaub ich, gar nicht so unsmart! Also, vielleicht... Nein, wir klauen ein Auto! Wir klauen ein Auto und fahren! Ich fahr nach Norden, Leute! Fuck, ich hab Christian aufgelockt! Bis später! Ist okay! Alter, das sieht ja noch besser aus! Peter, komm, wir nehmen den Krankenwagen! Was ist mit dem Heißluftballon? Das sieht doch aus wie ein Minigame, oder? Jo, jetzt steht der! Hast du ihn rausgeschmissen, du Arsch? Wir sind alle im Krankenwagen, außer Dalu, der macht das... Aber wer fällt denn da so doof? Wir fahren nach Westen, was ist das denn? Peter! Ich hab was gefunden, Leute! Habt ihr schon gegolft? Ja, golfen haben wir schon! Ja, Mann! Das war richtig doof! Wo ist denn... Wollen wir nicht Dalu... Achso, ne... Äh... Der Turm... Warte mal, Dalu hat ein neues Event gefunden, ein Kunststückchen! Wir... Wir hätten uns... Ja, du bleib mal bei dem Event! Äh, ich hab mich nie bewegt! Ja, ich bin da! Aber hier ist nur Golf! Ja, aber hier war gerade Kunststückchen! War doch gerade das Event! Ja, da ist das Kunststückchen! Wo ist das Event? Ich kann mir, Max... Direkt bei dir! Hilf dabei, die Skulptur zu erschaffen! Ja, aber du musst... Hier! Hier! Ja... Wie kann man dabei helfen denn? Musst du... Musst du hier so Ringe da dran schmeißen, und... So... So... What the fuck? Mega! Okay, ich mag es! Picasso! Haha! Der Mima und er wird eingebaut! Das ist doch so dumm! Das ist doch dumm! Das ist doch richtig dumm! Hey, ich bin im Gerang aufgestiegen! Okay, wir müssen weiter nach Norden, ne? Ja, weiter zum... Oh, hier ist ne Rutsche! Ich lass dich ja überhaupt nicht ablenken! Ja, hier kann man auch richtig viel Blödsinn machen, glaube ich! Aber... Leider... Habe ich hier keine Minigames oder so gefunden! Oh, oh! Aber... Ähm... Oh, man! What the fuck? Äh... Oh... Oh... Oh mein Gott! Okay, Rutschen macht Spaß! Aber jetzt reicht's auch mit Rutschen! Ich versuch mal zum... Zum Punkt zu kommen! Ja, sehr gut! Äh... Schön, dass einer von uns was macht! Ich fahre schon! Scheiße, ich bin im Wasser gelandet! Ne... Niii... Ach, das ist da oben auf dem Bär! Ja, ja! Da muss ein bisschen... Der Bär hat mich grad weggeschubst! Niii... Äh... Weiß ich nicht! Ich komme doch nicht hoch! Zu doof! Oh oh! Der klebt da dran! Christian, wie kommt man denn am leichtesten da hoch? Ich bin einfach den normalen Weg hochgegangen! Alter, wieso spring ich denn einfach wie so ein... So, wo seid ihr hin? Ich hab was für euch! Oh Gott! Weiß nicht, ob ich das möchte, Dalu! Sepp wird gleich dafür sorgen, dass wir uns zu ihm teleportieren können! Ja, ich stüss trotzdem schon mal in eure Richtung! Was ist bestimmt dieser Heißluftballon da oben, oder? Du kannst dich sowieso immer zu allen Leuten teleportieren! Nee, ist nicht der Heißluftballon! Scheiße! Du kannst dich immer zu allen teleportieren einfach! Auf der Map! Okay, okay! Wir haben halt hier ein Deck hier die ganze Zeit! Wissen aufnehmen! Ja, Wissen aufnehmen! Du leulich ist Bigfoot gefunden! Ah, krass, ey! Vor mir ist Bigfoot! Ich bin gesegnet mit Dummheit! Ich bin gesegnet mit Dummheit! Das ist auch so gut! Immer so Brain-AfK, einfach irgendwelche Sachen sagen! Zacki, mit den großen Füßen! Äh... Hab ich ins Feuer gelegt! Äh... Wie ist es da warm? Wie komm ich denn jetzt da hoch? Der Weg ist kaputt! Halt! Ist hier kaputt! Ah! Einfach klettern! Nicht zu dem Tum haben! Das ist ja nicht so einfach! 75 Meter! Ich bin fast da! Ich wollte grad sagen, du bist da oben! Bin da! Und das ist jetzt was Neues? Okay! Ja! Dann wird auf der Karte quasi so wie bei... Äh... Allen sowas spielen! Ähm... Die Karte dann freigeschaltet! Und du siehst dann, was in dem Bereich ist! Und... Achso! Ich muss mich zu Christian teleportieren! Peter, warte! Wie hast du das gemacht? Mit Select gedrückt halten! Select gedrückt halten? Oder ist vielleicht drücken und mit RB auf Karte... Das bin ich bei... Ah! Guck mal! Hallo Leute! Da sinken! Jetzt können wir es noch für dich! Oh mein Gott! Alter! Nein! Ich hab schon synchronisiert gedrückt! Ich vollidiot! Das ist... Seht ihr das? Hast du da einen riesen Pimmel? Nein! Das ist eine Aubergine! Ah! Ja! Eine Aubergine! Wie das Emotikum! Steht das auch für nichts anderes! Spritz! Da! Da ist wieder bonus Lava! Riesentamm, Alter! Ja! Oh! Den können wir sprengen! Alter! Lass den Damm sprengen! Da oben ist ein Riegel, ist ein Angler! Ja! Okay! Alle Sachen, die cool sind! Moment! Zeig mir die Aubergine nochmal! Wir haben doch direkt einen Requisitengolf bei uns! Alter! Dann haben wir... Alter! Hast du das Schwein weggeballert? Aua! Was ist denn hier? Oh! 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 Das ist ein Fallschirm? Aber auf der anderen Seite ist Requisitengolf! Ich geh da mal hin! Hier ist ein Gleitschirm! Ja! Die Gleiten, Schmeiten! Ich starte mal verfallen! Na! Ich finde super, was ihr da macht! Aber... Kommt mal zu mir! Okay! Requisitengolf! War letztes Mal auch schon so dumm! Voll einfach! Was? Was? Wie geht das? Wie geht das? Du musst die anhauen! Und wir hauen... Was? Diesen Schirm? Oder alles? Die Box, die vor dir liegt! Die liegt bei mir im Schirm! Die liegt im Zaun! Die liegt bei mir im Schirm! Ja! Zweiter! Ja, Jalu hat mich einfach den ganzen Berg runter geschossen! Guck mal, wo meine Box gelegen hat! Ich habe einmal geschlagen! Rematch! Rematch! Das war beschiss! Ich möchte eine neue Runde! Nein, nein! Ich möchte nochmal... Nein, bei mir lag oben vorm Spawn direkt ein Gegenstand! Der muss erst weg! Ja, mein Gott! Ja, jetzt habe ich den Schirm nicht! So ist fair! Ja, ich hatte auch den Schirm! Mein Paket ist im Zaun! Das wird ein Hole in One, Leute! Scheiße! Ich bin voll auf Öl! Verbackenschirm im Loch! Wieso mache ich nicht mit? Nein, warte! Hast du das vergessen, anzunähen? Zapp, du Schwein! Bring mich wieder zurück! Also hab ich dich jetzt weggekickt habe! Dafür kick ich hier! Oh, warte mal! Ja, genau! Wir verteidigen das einfach! Wo ist mein... Christian, ich hab deins weggekickt! Ey! Ich hab deins, ist weiter oben! Auf der Treppe oben! Nee, Peter, du willst doch nicht den Peter gewinnen! Nee, aber... Ich werde jetzt mit einem eleganten Hole in One gewinnen! Da kommt der angeflogen! Der ist schon durch! Ah, schade! Gewiedergewonnen! Aber auch unfair! Ich habe mich eingemischt! Ja, weil du vergessen hast, mitmachen anzuklinken! Es war superschnell, war dann fertig! Aber ich geh jetzt mal zum Boden des Lava! Komm nächstes! Guck mal, ich hab mir extra für dich jetzt hier hingelegt! So, bitteschön! Warte! Oh nein! Wo ist das denn drin? Oh nein! Wo ist das denn drin? So, jetzt kann ich wieder laufen! Kann ich die Kamera mal ein bisschen weiter weg machen! Der Arsch von diesem Schwein ist so riesig! Ich wollte dir ein Geschenk geben! Welches denn? Oh! Hey, das denn? Was ist das denn? Das sieht aus wie... Das sieht irgendwie aus wie Schmuck! Ich stimme dir zu! Okay, hab ich halt! Das ist ein Geschenk! Hey, hey, hey! Lass sie aufregen! So, das wäre wie die Karte eigentlich! Ja, ich geh gerade zum nächsten! Freies Feld! Das ist ein Wegpunkt! Zack! Alter, dieses... Oha! Dieser... Schweinearsch! Ist da fast riesig! Christian! Achtung, hinter dir ist ein Nashorn! Oh Gott! Ich dachte, ich kann mitfahren! Ja, du kannst, wenn du... Y gedrückt halten! Achso! Ich würde das Boden des Lava sofort starten! Ja, ist okay! Nee, wir haben bespannen derzeit mit dem Lava! Oh, warte mal! Nein, ich spreng erst den Staudamm! Let's go! Peter, du kannst mit X beschleunigen! Mach mal Boost! Könnte man hier nicht den Staudamm sprengen? Ja! Christian auch! Achtung, die Polizei! Da kommt die Polizei! Scheißhauch! Hä? Was war elegant! Und zack! Ey, die Polizei ist ja hier was... Das ist nicht ganz so krass wie in GTA! Moment, Sepp! Ich muss erst den Staudamm sprengen und jetzt laute ich euch ein! Ach, das war gerade dieses helle Bild! Ah, okay! The back's beginning! Okay, let's go! Der Boden ist Lava in die Säge! Wir fahren noch in die Tankstelle schnell! Ich bin aber so ein fettes Schwein! Ich kann nicht so hoch! Sag mal, hast du die Aubergine eigentlich die ganze Zeit in der Hand oder ist das dein Ausrüstungsgegenstelle? Mein Hut! Oh mein Gott! Mein Kopf! Das ist ja 10 vor 10! Oh, warte mal! Ich habe Cheater-Item, warte! Ich höre hier wieder was zum Sammeln! Wo ist das? Ne, das waren die Flügel von Sepp! Die Flügel! Ich muss die ganze Zeit fliegen sind, dann bin ich schneller hierhin gekommen! Oh Leute, hier ist ne Kreissäge! Da geht mit Bacon! Ich muss hier weg! Leckere Ziege! Schneller oben, schneller oben, schneller oben! Ich habe nen Pokal gefunden! Warte mal! Ich kann hier den nach ganz oben am besten! Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe! Loll! Oh mein Gott! Was?! Oh Gott! Danke, Sepp, du Schwein! Hipster Bart habe ich gefunden! Holt euch den Hipster Bart, Leute! Ey, du musst da reinfallen! Ich bin tot! Wer da oben auf dem Ding drauf läuft! Fall mal da rein! Woran? Das ist kein Scherz! Unter mir? Du hast ihn hierher, ich bin direkt ins Wasser gefallen! Dammit! Fuck you! Ich dachte, wir sind Freunde! Aber wenn du da reingehst, wirst du hochgeschossen! Ui! Oh, warte mal! Ich habe mich einfach auf so einen Turm setzen müssen! Das wäre so smart gewesen! Das wäre voll smart, wenn ich jetzt hier rein... Mieche! Hey, der ist doch... Rematch! Der ist schon draußen gewesen! Hör, man kann... Wenn man tot ist, kann man Leute immer noch ärgern! Er hat trotzdem gewonnen! Rematch! Rematch! Oh, warte, jetzt fallen hier auf die Kreissäge zu! Oh, hilf mir! Gibt es da Bart, nice! Okay, wo kann man denn noch besser sein? Das ist, wenn ich in die Kreissäge reinkomme! Ich erwarte wirklich Baker Scheiben! Ja, ist ja gut! Bleib von der Lava weg! Man wird zu häufig mit weggeschleudert, wenn man andere bummst! Puls! Ja, ja! Geh mal in die Kreissäge! Dann mach ich das mal! Oh nein, oh nein! Wieso komm ich denn da jetzt nicht hoch? Man wird einfach nur ausgenockt kurz bei der Kreissäge! Okay! Okay! Geh mal weg hier! Habe ich denn mein Hintern ist so reif! Glaub ich gar nicht! Fuck you! Dalu! Ich hab alle drei! Ich hab alle drei darunter genommen! Oh! Ah! Oh, dann wäre ich fast so gestorben! Wegen deiner Unfähigkeit! Was heißt Unfähigkeit? Das war doch Absicht! Echt? Ich wollte euch alle drei darunter schubsen! Deine Mutter! Du wirst sterben! Ah! Warum geht das nicht? Wie bußet ihr euch da hoch, ihr Schweine? Du musst in den Schornstein fallen! Was?! Wo kam der denn jetzt her?! Du warst auf einmal da! Das war ja voll Schiederino! Okay, das war mies! Was wirst du mit deinem Leben bezahlen, Junge? So, hier! Warum?! Schenke ich Dalu den Sieg! Nein, wer ist das denn?! War das Peter? Wieso ist Peter immer kurz weg?! Ja, wir müssen mal kurz weg! Surprise Attack! Hier, tschö Peter! Dalu hat's verdient! Das ist doch geschenkt! Ja, weil du mich runtergestoßen hast! Dalu hat uns alle runtergestoßen! Peter hat mich runtergestoßen! Dalu hat vorher alle drei runtergestoßen! Dalu hat vorher alle drei runtergestoßen! Das ist doch markiert, oder? Ich hab doch was für ein Ausgutzeichen! Was ist denn freies Geld? Was ist denn freies Geld? Ich will auf nem Schwein reiten! Oder wir machen den nächsten Ziegenpunkt! Lol! Ja, du bist so gebraten schon! Du hast nen Apfel im Mund, oder nicht? Ja, aber du hast auch nen Apfel im Mund! Was? Dein Feige! Ja, der ist gut! Angriff! Hey, das ist die nächste Tour! Ja, da wollen wir auch hin! Ich bin gleich da! Ich roll auch hier runterrollen, das wird schneller als laufen! Sehr viel schneller! Ja, der Gleiter ist super langsam! Ja, die Flügel sind eigentlich ganz geil! Aber... Mal ab- und anrüsten ist irgendwie auch nötig! Ich bin 80 Meter! Stop! I'm a cop! Stop! I'm a cop! Ich werd verhaftet, Leute! Ja, richtig! Ja, let's go! Wir haben endlich! Wir haben nur richtig und wichtig! Oh, hier gab's noch ein bisschen... Ah, geil! Der Deckel mich! Der Cop hat mich festgenommen! Da oben bist wir hin! Oh Gott! Ich würd einfach nur gerne auf dieses scheiß Seil... Das hätten wir ja schon gewonnen! Ich hab die Polizei... Die mitgenommen! Ah, Christian! Du kannst hier vorne... Ah! An so'n Deckel kannst ich hoch... Hallo! Ich hab Geister! Sie kommen aus mir raus! Ich bin oben! Oh, du hast den Polizisten gehokus pokust! Ja! Er ist jetzt besessen! Ich will die Rollerblades! Ich hab Rollerblades! Ach, Christian ist da! Ach, Christian ist da! Ach, was ist das denn hier? Hallo! Ja! Du musst dich zu uns teleportieren! Ähm... Weggedrückt halten, ne? Ja! Jetzt sind die Pac-Man Geister! Geil! Oder Start gedrückt halten? Ja, es war mal eben... Select gedrückt halten, aber ich weiß nicht... Vielleicht hast du zu lange gebraucht und es nicht mitbekommen... Und jetzt musst du über die Map... Ne, hab schon... Sam hat nochmal was gemacht! Okay! Ich bin nochmal weggegangen und hingegangen! Und synchronisieren! Dann glaube ich, jetzt wird Schweine fliegen können, ey! Okay! Geil! Guck mal, haben wir das jetzt ja auch geschafft! Ja, das war ja perfekt zum Ende meiner Meinung nach! Okay, mal wieder ein absolutes Chaos hier bei Gold Simulator 3! Ich hoffe, ihr hattet Spaß! Wir auf jeden Fall! Vielleicht wollt ihr es ja nochmal wiedersehen! Lasst es uns wissen! Bis dahin! Haut rein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!